Adam, Greyskull. Könnt ihr mich an? Orko, der König. Und ich kämpfe mir hier. Aber niemand wird Krieger sein, wenn Skeletor das Siegel der Hiss findet. Was ist das Siegel der Hiss? König zu sein ist toll, aber ein Gott zu werden, klingt schon ein bisschen besser, wie ich finde. Wir müssen Skeletor daran hindern, das Siegel zu finden, um eine Armee von untoten Soldaten heraufzubeschwimmen. Ist da unten jemand? Ganz Eternos ist auf deine Hilfe angewiesen. Als Mensch, Maschine oder Monster? Skeletor muss hier und jetzt aufgehalten werden für das Wohlweil der Königkeitsche. Für ganz Eternia. Für ganz Eternia. Ihr Straßenkinder seid fast zu süß, um euch zu vernichten. Eine kleine Kombo-Attacke könnte sie vielleicht einschüchtern. Dachte schon, du fragst mich. Wir haben die Kraft! Es gibt kein Gut oder Böse. Nur Macht. Und ich will alles. Mach nur weiter so, Junge, aber dir läuft die Zeit davon! Nein! Masson! Masters of the Universe, gebt mir all eure Kraft! Wir haben die Kraft! Action und Abenteuer? Das ist schon mehr mein Ding. Auf auf, meine heroischen Helden! Eigentlich heißt es He-Man and the Masters of the Universe. Oh, meinen Namen kümmern wir uns später. Auf ins Abenteuer! Oh, mein Gott! Nein! Mah! Oh, meine 해 Hälfte! Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig.